So, Klappe! Der Janis, der erste. Der Janis. Der Janis oder Janosch. Ich habe es schon genannt. Janosch, Janis, Janis, alles. Letzter Tag. Ja, schade. Im Frühjahr 2016 machten wir uns gemeinsam auf den Weg durch den Norden Vietnams. Wir wollten uns dort nicht erholen oder nur die wunderschöne Natur ansehen, wir wollten dort vor allem den Menschen näher kommen. Zwei Wochen, sieben Fotografen eng aufeinander. Und doch steckte sich jeder von uns sein eigenes fotografisches Ziel. Es entstanden so eine Reihe wundervoller Fotoreportagen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier ist eine von ihnen. Ach, ich finde es ganz schwierig, die Reise zu beschreiben, weil einfach so viel passiert ist. Wir haben so wahnsinnig viel erlebt. Wenn ich so zurückdenke, als wir in Hanoi gestartet sind, mit den unzähligen Eindrücken, wie wir da am See entlang fast gesprungen sind und jedes Motiv einfangen wollten und sich dann das Ganze so ein bisschen gelegt hat. Wir alle ein bisschen ruhiger geworden sind, wir in uns gegangen sind, dann auch auf die Reportage mehr fokussiert haben. Und ich hatte ja die Erwartung, dass ich ein Stück weit anders zurückkomme, als ich gegangen bin. Dass aber gleich so viel mit mir passiert, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, man muss einfach mal ein Stück weit weg gehen, in eine ganz andere Kultur, in ein anderes Land, damit man sich selbst und sein eigenes Leben klar sieht und da den Überblick bekommt. Es hat mir wahnsinnig geholfen, mich selbst ein Stück weit zu finden, meine Träume, meine Pläne, Ziele, Visionen für mein Leben klar zu machen, mir selbst ein deutliches Bild von meiner Zukunft zu machen. Ich glaube, dafür muss ich jetzt auch weg. Ich glaube, das ist ganz schwierig, das zu Hause in seinem gewohnten Umfeld zu machen. Deswegen bin ich überzeugt, dass ich ganz, ganz anders zurückkomme, in einem positiven Sinn, als ich noch gegangen bin. Als ich nach Vietnam kam, hatte ich die Intention, Happiness is Expensive zu machen, also eine Reportage über das Glück, über die Zufriedenheit der Leute hier. Dann bin ich gewechselt auf Stress, auf Vietnamesisch oder eben kein Stress, wie die Leute eben gelassen sind, in ganz stressigen Situationen. Kam ich aber auch nicht wirklich weiter, habe dann gewechselt auf alle möglichen Vehikel, weil es da auch ganz, ganz spannende Szenen gibt. Habe ich aber auch gleich über Bord geworfen, weil ich mich nirgends wirklich zu Hause gefühlt habe. Ich hatte nie das Gefühl, Bäm, genau das ist es. Und dann eines Abends, als wir essen waren und dann noch einen Kaffee trinken gingen, kam ich an der Baustelle vorbei, wo ich dann ganz spontan aufs Gerüst hochgeklettert bin und da irgendwie die nächsten wahrscheinlich 60 Minuten verbracht habe, gefühlte 5 Minuten, das ging ganz, ganz schnell. Und ich war ziemlich beeindruckt, wie die Leute hier bauen, was die mit einfachsten Mitteln auf die Beine stellen, wo es Statiken in Deutschland wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen lässt. Und das war in Diemenfu. Und ich war mir da noch nicht ganz sicher, aber ich hatte die Intention, was mit dem Bau zu machen. So richtig los ging es dann aber erst in den letzten Tagen unserer Reise zunächst in Haifong, einer großen Baustelle, und dann wirklich los ging es dann in Kapa, wo ich Straßen- bzw. Bergarbeiter begleitet habe, die den Berg wegsprengen zum Straßenbauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es war ganz eindrücklich, eben auch hier zu sehen, wie die mit ganz einfachen Mitteln so viel bewegen können und alles von Hand machen. Und was mich wirklich beeindruckt hatte, ist, wenn ich irgendwo in den siebten, achten Stock eines Rohbaus wirklich klettere, weil die Treppen natürlich noch nicht ausgebaut sind, da als Langnase mit einer Kamera mittendrin stehe, die Herren mal freundlich grüße und niemanden interessiert es. Kein Mensch interessiert es, dass da ein Tourist steht mittendrin, ein bisschen rumläuft, ein bisschen hochklettert, Arbeitssicherheit null, logischerweise. Das war ganz, ganz cool, das war richtig schön. Ich konnte mich da so frei bewegen, wie ich wollte und alle fanden das sogar noch cool. Und ich hatte noch eine Freude, dass ich da bin und lachte in die Kamera und hatten Spaß mit mir. Es gab ganz viele dieser Mach-das-mal-in-Deutschland-Situationen. Mach das mal in Deutschland, geh mal in den Rohbau rein, den siebten, achten Stock hoch mit einer Kamera, grüß die Leute, mach Fotos. Das Ziel der Reportage ist jetzt eigentlich zu zeigen, wie hier gebaut wird, wie mit ganz einfachen Mitteln, was Großes auf die Beine gestellt wird, wie sich Vietnam so unglaublich entwickelt. Eine Insel wie Kapa so dermaßen ausgebaut wird in kürzester Zeit, in einer Zeit, wo in Deutschland wahrscheinlich nicht mal die Abklärungen gelaufen wären. Und hier wird einfach gemacht und das ist ziemlich beeindruckend. Ich wurde eigentlich immer ganz freundlich empfangen. Nur ein einziges Mal wurde ich weggeschickt. Da war ich im Kapa bei ein paar ganz, ganz entspannten Bauarbeitern. Plötzlich kam dann ein Herr in Lederslippen und im Hemd daher, der irgendwas gebrüllt hat und mich angeschrien hat. Ich habe dann sowas verstanden wie, hau ab du Arschloch, geh möglichst weit weg. Wie sich dann herausgestellt hat, als wir eine Stunde später mit dem Bus vorbeigefahren sind und überall Schutt und Geröll und Steine rumlagen, haben die dann den Berg weggesprengt. Und wahrscheinlich meinte er nur, pass mal auf, geh besser ein Stückchen weit weg. Tu es dir selbst einen Gefallen, wenn du jetzt weggehst. Aber ansonsten war es sehr, sehr entspannt eigentlich. Und dann war es sehr, sehr entspannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017